Hallo und Willkommen zurück zu Minecraft Snapshot Let's Play. Und die haut immer noch drauf da. Wir haben, wie ihr seht, jetzt sortierte Kisten und nachdem wir jetzt zwei Händlerlamas haben, die wir behalten werden, wobei noch eins immer klein ist, jetzt nicht mehr, okay. Nachdem die jetzt voll ausgewachsen sind, werden wir uns jetzt an dem Hausbau weiteren wagen. Dann brauchen wir erstmal da von was und da von was, ein paar von denen, das nehmen wir noch mit und das nehmen wir noch mit. Wir wollen ja endlich das Haus fertig haben. Und nehmen wir noch davon was mit. Und letzter Mal hatten wir auch Glas geschmolzen. Und machen wir jetzt noch ein paar Scheiben draus. Und wir gehen noch schnell schlafen. Wir wollen ja nicht, dass ein Creeboard irgendwas weg springt. So. Und unser Kollege dahinten ist auch noch da. Dann setzen wir erstmal hier 2, 2, schadet mal rein. Dann machen wir hier zu. Dann rennen wir hier da zu. Und nochmal 6 und machen wir hier zu. Jetzt müssen wir jetzt wieder bis die Hälfte mitgenommen. Gehen wir nochmal schnell runter. Müssen wir jetzt noch weiter draufsetzen. Dann machen wir die mit. Endlich verbraten. Und irgendwo nehmen wir noch das mit. Gut. So. Dann müssen wir hier hoch. Da haben wir mal Viech stehen. Fichte. 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 Und Fichte. Dann kommt das hier. Genau. Jetzt brauchen wir die dann. Ich schaff das. Nein. Das war mir klar, dass es nicht klappt. Jetzt setzen wir die später drauf. Hm. So. So. Und da haben wir es. So. Genau. Dann brauchen wir die. Dann machen wir es schnell mal hier die austauschen. auch so machen. Endlich ist sie kaputt. Hab schon gedacht, das dauert ewig. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und wir können natürlich auch hier runter gehen. Da brauchen wir ja außen langlaufen. Ähm. Achso. Ähm. Wo haben wir es denn jetzt? Da. Da. Was soll das bereichen? Hier unten noch mal zunehmen, dass hier was reinkommt. Oder dass man nicht wieder von irgendwelchen Wendlern belästigt wird. Dann. 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 So. 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 Ich kriege gerade eine blöde Meldung ein. Ich liebe es ja, wenn dann immer irgendwas aufploppt. Von Windows. So. Dann haben wir das schon mal soweit. Dann müssen wir hier nochmal. So. Dann brauchen wir wieder. Leitern. Ein paar Mal wieder holen. Und sechs. Wobei sechs Stück selten lang. So. Mir kommt da rein. Dann geht es. Dann soll es. Hier auch hoch gehen. Dann. Bin ich noch gerade am überlegen. So. Und jetzt müssen wir nochmal runter. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal die Werkbank mit. Dann müssen wir nicht ständig runter. Dann brauchen wir ein paar. Oh. Müssen wir doch nochmal runter. Nochmal Slaps. Ich habe auch ein bisschen Fisch. Ich brauche Eiche. Ich brauche Eiche. Dann tackeln wir hier oben. So. So. Jetzt kommt noch eine Etage. So. 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 kommt nämlich hier oben. So. 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 Ich glaube der Händler ist etwas traurig. Weil er mal hinten sterben konnte. Nun gut. Jetzt muss ich gerade kurz einmal überlegen. und einmal kurz. Ich habe schon ein paar Notizen gemacht. für den Bau oben. Für den Bau oben. Aber. So. Wir brauchen hier Fisch. Ich steu. Ich steu. Ich steu. Ich steu. Ich steu. hier. 1, 2, 3. Genau. 1, 2, 3, 4. Dann kommt da einmal das hin. Dann kommt auch wieder zwei Glas rein. Dann kommen wir hier oben hin. Das hin. Die Glashenbände. 1, 2. Das müsste dann nämlich mit dem Dach. Was ich geplant habe. Dann machen wir hier ein paar Dach. und den dann noch. Dann machen wir das gleiche hier. 1. 2. 1, 2, 3. Und dann durch die Glashenbände. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Und hier oben wieder, und das hin, und das hin, und das hin, und wieder zur Glasscheibe. So. Dann haben wir das auch schon mal. Genau. Das ist perfekt. Machen wir mal eine restliche. Dann brauchen wir jetzt diese da. So, dann brauchen wir einige. Oh, das ist ein Klavier 60. Schauen wir mal, wie weit man kommt damit. Ja, ich hab Fehler gemacht. Weil da können wir die Stufen hin. Mann, Mann, Mann. Es ist halt einfacher, ein Haus im Creative zu bauen, als im Survival. Und es wird schon wieder dunkel. Äh, da müssen wir jetzt mal die da wegnehmen. So. So. Nein. Du gehst da nicht hin. Dann holen wir sie später. So. 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 Ja, nein. Ich habe ja noch etwas Größeres unter Planung. Und ich glaube, das werde ich dann verflogen beim Bauen. Dann schnell ab ins Bettchen. Und? Hallo, Hundi. Na? Keine Sundi. Hier. Der Wurf, du hast niemand anderes, aber das wird schon noch. Wir wollen ja Sundi nicht verhungern lassen. Ja. Und jetzt den gleichen Spaß hier. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch mal ein paar Spuren bauen. Und noch die noch mitnehmen. 3, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielen Dank. Vielen Dank. So, 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 und so. Und... So, so. So, das Einzige, was wir jetzt nicht haben, sind Laps, aber die können wir von innen setzen. Das ist nicht das Problem. So, 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 so. Weiters gefällt mir das ja gerade noch nicht. Mach mal so. Gut. Die einzige Sache ist, ist das euer Ernst? Geht's hier weiter? Ja, da hinten ist ein Handler, da könntest du mal hingehen. Da freut sich bestimmt. Also, es ist jetzt schon die dritte Patrouille. Ich finde, die kommt etwas oft. Die zweite, also die erste hat mich ja schon besiegt. Die zweite hatte ich gesehen, während ich die Bäume geformt habe. Aber die haben mich nicht gesehen. Und das ist jetzt die dritte. Ich finde, die kommen relativ oft. Gut. Ziehen weiter. Genau. Geht's in den Wald. Ihr habt's recht. Das ist auch schön. Ah ja. Was mir gerade einfällt. Eine Druckplatte hätte ich hier gerne noch hin. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch schauen, dass wir da den Abschluss vom Dach ankriegen. Dafür brauchen wir aber Kabelstone. Etwas Kabelstone. Wenn's reicht, dann reicht's. Wenn nicht, dann... Nicht. So... So... Ah, zack, ah, zack. Immer so haben wir vergessen. Eine Spitzhacke, mit der ich das wieder abbauen kann, wenn ich mich vorbauen würde. Wer es nicht im Kopf hat, nicht wahr? Nehmt die erst mal. Ach, ist das schön. Also, wir haben jetzt gleich die 20 Minuten erreicht, aber ich würde mit euch gerne noch das hier fertig machen. Das wir dann ins Mogen um die Inneneinrichtung kommen können. Da hinten stehen sie noch. Ich weiß nicht, ob sie da bleiben, wo sie sind. Ich hab echt keinen Bock auf die. Und beim Schwerer muss ich vergessen. Dann brauchen wir hier oben noch einen Abschluss. Und einmal runterfallen. Was runterfallen, haben wir das gerade erledigt. So. 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 Probieren wir es mal damit. Machen wir das mal. So. Also, ganz fertig ist es ja noch nicht. So. Also. So. Ja. Dann. Zack. Oh. Nein. Nein. Oh. Nein. So. Und das Ganze noch auf der anderen Seite. Weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass das Holz beim Dach noch eins raus müsste. Wenn das so ist, muss ich nochmal nachschauen. Ja. Es ist so. Ja. Es sieht kacke aus. Naja, aber in etwa die Form stimmt schon mal. Ich werde es dann offscreen nochmal nachkorrigieren. Und euch morgen das endgültige Ergebnis zeigen. Und das. Es wird schon wieder dunkel. Das heißt, ab Motivation. Wir sehen uns morgen. Sorry, wenn es heute etwas langweiliger war, die Folge bitte. Also, bis morgen. Macht's gut. Und tschüss. Also, von onder undersc Iv mold. H упaje Von Bord. Wir sehen uns zwar ganzi. Boah, disasters. ImmerEO.